Hallo zusammen, im heutigen Video geht es um Contractors Showdown. Das ist ein sehr cooles Battle Royale Spiel, was ich auf jeden Fall sehen lassen kann. Das Spiel hat sehr viele Züge von vielen Spielen wie Hall of Duty, teilweise Fortnite, wo eine Zone sich verkleinert und ihr sehr viel Loot sammeln müsst, bis ihr endlich einen Kampf zieht mit euren Teamkollegen. Ihr springt von einem Flugzeug und entscheidet selbstständig, wo ihr landen wollt. Mit insgesamt 60 Spielern haben Platz auf diese Karte. Viel Spaß mit dem Spiel. Constructors Showdown So, bevor wir mit einem Spiel durchstarten, würde ich euch gerne ein paar Sachen zeigen. Ganz am Anfang habe ich eine Übung absolviert, diese würde ich euch gerne kurz zusammenfassen. Fangen wir am besten hier gleich an. Das hier ist eine kleine Waffensammlung, wo wir uns bedienen können. Parallel haben wir hier die Möglichkeit Geld zu holen. Was wir mit der Kohle machen, zeige ich euch gleich. Ihr seht ja die ganze Zeit diesen Kreis, also je nachdem wohin ihr eure Hand hin positioniert. So könnt ihr euch dementsprechend auch die Waffe vorholen und schaut mal grafisch, sieht das gar nicht so schlecht aus. Ihr könnt mit links spielen oder mit rechts spielen. Jetzt drehen wir uns mal einmal um. Auf B Magazin fallen lassen, zeige ich euch noch was mit diesen Automaten in sich hat. Hier unten haben wir so einen Kontrollstick. Einerseits könnt ihr eine Position markieren und dann mit eurem Team dahin laufen und auf den Automaten zeigt, habt ihr hier die Möglichkeiten Sachen nachzukaufen. Dafür ist auch dieses Geld gedacht, was ihr jedes Mal sammeln müsst. In einem Spiel müsst ihr natürlich erstmal Bargeld finden, das ist ja verständlich. Und hier habe ich die Möglichkeit A, meinen Rucksack abzugraden. Übrigens befindet sich der Rucksack, ihr müsst einfach hinter der Schulter einmal packen, schon ist er da. Ich stelle ihn einmal kurz zur Seite. Genau, und hier könnt ihr jetzt den auch befüllen, aber dazu müssen wir ja erstmal etwas kaufen. Wir kaufen hier Medikit, das ist so Bandagen. Mal nochmal eine. Hier seht ihr die, die könnt ihr jetzt natürlich in den Rucksack rein tun. Oder zum Beispiel auch hier vorne hin, wo ihr schon die eine seht. Genau, hier vorne haben wir noch so eine Schutzweste, dann Ammo-Platte, so zusätzlicher Schutz. Bevor es in euer Leben geht, habt ihr quasi so eine Schutzweste einfach hier vorne fallen lassen. Mit diesem First Aid Shot könnt ihr jemanden wiederbeleben. Lassen wir mal auch hier fallen. Also wie gesagt, hier habt ihr euren Rucksack. Der befindet sich hinter eurer Schulter. Hier vorne haben wir noch so einen Automaten. Ihr müsst unbedingt dieses Element dazu nehmen. Und da könnt ihr jetzt Waffen kaufen, zum Beispiel diese AK. Die fällt hier einfach auf den Boden. Und wir kaufen mal die noch, die noch. Natürlich könnt ihr auch Granaten, aber das schmeißen wir ja gleich. Jetzt schauen wir uns mal die Waffe an. Ach, die haben wir ja schon. Das sieht aus wie so Sniper Munition. Einfach neben euren Bauch fallen lassen. Ich will jetzt aber die Sniper. Sagen wir mal, wie die aussieht. Hier müsst ihr natürlich manuell nachladen. Wird auch ganz genauer klärt. Schöne Waffe. Gut. Nehmen wir nochmal ein bisschen Bargeld. Jetzt zeige ich euch nochmal so eine Granate. Die da zum Beispiel. Splint raus. Mit der linken Hand zielt ihr. Also da entscheidet ihr, welche Richtung. Und mit der rechten müsst ihr natürlich werfen. Oh. Da habe ich dann die Decke getroffen. Aber nur zum Verständnis, damit ihr das mal gesehen habt. Jetzt nehmen wir mal noch die da. Ich liebe solche Doppelschuss. Mit B aufmachen. Die fliegen raus. Munition haben wir hier vorne auch. Jetzt nehmen wir hier die Munition einzeln. Einmal nach oben. Zack. Auch schön. So. Damit ihr das mal gesehen habt. Hier haben wir noch eine kleine Pistole. Nehmen wir mal die M92. Mit dem Schalldämpfer. Auch schön. Auch hier. Ganz easy. Also diejenigen, die Probleme haben mit dem Nachladen bei gewissen Waffen, übt es hier auf jeden Fall. Das wird euch später definitiv helfen. Natürlich könnt ihr sehr viele Adapter hier anbauen. So ein Fernrohr. Jetzt holen wir uns trotzdem noch was. Am besten die da. Mit dem Laser. Laufen wir mal vor. Hier haben wir die Möglichkeit, ein paar bewegliche Ziele auszuprobieren. So ein Headshot gibt auf jeden Fall mehr. Ein paar Munitionen müsst ihr manuell wechseln. Jetzt für die Waffe habe ich keine dabei, oder? Ne. Hier zeige ich euch noch, wie ihr diese Bandage, also wie ihr euch selber halten könnt. Einfach diese Rolle nehmen. Und um euer Handgelenk wickeln. Genau. Zeige euch noch, wie man die Position hier markiert. Einfach halten. Und genau. Auf den Trigger drücken. Und schon seht ihr, okay. Ihr habt das markiert. Parallel habt ihr natürlich eine Karte. Wenn ihr die umdreht, dann seht ihr, ah, okay. Hier seid ihr. Und ihr wollt jetzt zum Beispiel zum Store. Beim Store könnt ihr natürlich Ingame-Käufe tätigen. Dann zeige ich euch noch hier solche Aufzüge. die gespannt sind. Ihr müsst nur die Hand vorhalten. Grip. Schon seid ihr hier oben. Und das gleiche könnt ihr nochmal tun. Oder ihr springt einfach runter. Dann geht automatisch ein Fallschirm auf. Den festhalten. Aber das zeige ich euch nochmal im Spiel. Gut. Beginnen mit einem Spiel. Um ein Spiel zu beginnen, einfach auf B. Sofort einsteigen. Play Game. Hier könnt ihr noch die Region ändern. Hat eventuell was mit der Sprache vermutlich dann zu tun. Wenn wir jemanden aus der EU auswählen. Wir bleiben einfach auf Auto. Hauptsache das Spiel füllt sich. Ihr könnt immer noch hier rumlaufen. Bis eine Lobby, beziehungsweise ein Spiel gesucht wird. Also hier starten wir auch. Das hat einen ähnlichen Feeling wie Fortnite. Ihr springt von einem Flugzeug ab. Und schwebt mit dem Fallschirm. Könnt aber auch parallel schon eure Waffen nehmen. Und auf irgendjemand schießen. Fällt natürlich schneller runter. Also ihr müsst einen Fallschirm mit zwei Händen halten. Oder ihr lasst locker und fallt noch schneller runter. Aber ihr wollt ja irgendwo gezielt an einem Häuschen ankommen, wo ihr auch looten könnt. Also es ist sehr wichtig, am Anfang Waffen, Munition zu holen. Das Spiel hat ja noch nicht gestartet. Das wird aktuell noch gesucht. Beziehungsweise die Spiele voll gemacht. Da oben steht 59 von 60. Das wird vermutlich auch gleich wieder voll sein. Das ist meiner. Mein Teamplayer, der blaue. Hier haben wir eine Karte, die ich euch zeigen wollte. Genau. Also der gehört zu mir. Wieso habe ich die Waffe jetzt? Naja. Auf wen schießt du da? Alles klar. Ah, da ist jemand. Aber mit der Waffe komme ich. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, warum ich die umsache. Also das Spiel startet in 3, 2, 1. Los geht's. So. Da seht ihr auch, wie das Flugzeug fliegt. Wie die Zone aktuell ist. Die Zone verkleinert sich. Mit dem Spiel natürlich. Und das sind meine Kumpanen. Wir sind... Ich bin Nummer 1, Nummer 2 ist der eine grüne, Nummer 3 der blaue. Jetzt halt die Frage, wann springen die ab? Eigentlich können wir schon runter. Ich bin jetzt auch kein Profi. Für mich ist das zweite Mal. Und das erste Mal habe ich total versackt. Jetzt schauen wir mal, wo wir landen. Ich würde einfach hier am Häuschen irgendwo abfallen. Aber mein Problem ist, die letzten Male, wo ich gespielt habe, dass ich überhaupt keine Munition gefunden habe. Oh, da ist einer. Oh, das ist schlecht. Okay, da ist einer gelandet, glaube ich. Soll ich den gleich abnallen? Ich habe noch nie so Dusel gehabt, dass ich gleich eine Waffe geholt habe. Die Frage ist, wo sind meine Jungs? Ich bleib mal hier stehen. Nehme mal die Karte. Oh, die sind ja komplett woanders. Oh. Also ich glaube, ich sollte nicht hier in der Mitte stehen. Also grafisch finde ich das schon schön. Es gab irgendwie negative Kommentare zu der Meta Quest Grafik, aber finde ich gar nicht. Also die haben sich da vorne positioniert. Der eine ist 680 Meter weg. Also so wie ich das kenne, sollten wir eigentlich, oder vorteilhaft wäre es, wenn wir zusammen wären. Aber irgendwie haben die keinen Bock. Und die Frage ist, werden die irgendwann mal Fahrzeuge hier einführen? Weil die Map ist schon riesig. Schaut euch das an. Okay. Hier befinden sich Kohle. Am besten das Geld immer mitnehmen und für die Kollegen natürlich auch was dalassen. Da kommt einer. Komm zu uns ins Haus, was ist mir hier? Der ist tot. Oh je. Aber ich hatte keine Spritze, oder? Oder hatte ich keine Spritze, oder? Nee. Wer schießt denn da? Von wo? Hey, das war doch, komm schon, da war keiner. Ich stand an der Wand. Also ihr könnt euch jetzt frei bewegen. Also ich glaube nicht, dass ich einfach so getötet wurde. Also war das ein Cheat? Was hat er gemacht? Wie hat er es geschafft? Die Karten sind schon riesig. Also muss ich schon gestehen. Geil. Auch so den Rucksack finde ich echt gut gelöst hier. Also mit den zwei spielen wir jetzt. Let's go. Okay, die springen alle ab. Wo gehen wir hin? Gut, wir müssen ja nicht sofort den folgen. Ich habe auch jetzt festgestellt, wenn ich den folge, dem konzentriere ich mich zu sehr an die Spiele dort. Wow. Nein, nein, nein. Das war natürlich dumm. Meine Leute, geh da, be careful. Orange. Ich habe keine Mönchung mehr. Ja, hier vorne haben wir so ein Ding. Einfach ran. Festhalten. Grip. Und schon könnt ihr, je nachdem wohin, euch hinfliegen lassen. Oder gleiten lassen. Schaut mal hier. Kleiner Häuser-Kampf. Das ist die Zone, die wir durchfliegen. Schauen wir uns nochmal die Ferte an. Jawohl. Ich weiter trotzdem. So, wo fliegen wir hin? Zu einem Reaktor da vorne? Die Brüte zählen. Nee. Da wieder zu diesem Häuschen vielleicht. Lass uns mal fallen. Das Problem, die sieht man auch so schlecht, so spät. Ich glaube, da ist keiner. Ups, ich bin das Rosträngel. Tief rein. Okay, eine Waffe habe ich schon. Ich höre doch, jemand. Okay. Zuerst habe ich gedacht, der gehört mir. Na, stehen. Okay, zwei Leute gekelt. Ich habe zwei Leute gekelt. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt konzentrieren wir uns ganz schnell mal auf den Loot. Das war halt sein Zeug. Okay, was haben wir hier noch? Jawohl. Jawohl. Schauen wir mal, wo die Karte ist. Ah. Okay, ich habe Glück. Schauen wir mal, was sie noch hatte. Das nehmen wir alles schlunch. Jetzt schauen wir mal, wo die beiden sind. Okay. Die sind schon weiter weg von mir. Jetzt schauen wir mal uns noch die Zone ein. Also zwei Kills. Zwei sehr nervöse Kills habe ich. Das ist schon mal gut. Schauen wir uns mal die Karte noch mal an. Ja, ich bin in der Mitte. Die müssen sich zu mir bewegen. Jetzt schauen wir mal, ob hier noch jemand ist. Das Geld kann man immer gebrauchen. Ich sage ja, es macht keinen Sinn, denen zu folgen, gleich von Anfang an, weil die natürlich auch sammeln müssen. Und wenn wir zu dritt an einen Ort kommen, dann macht das halt keinen Sinn strategisch. Also ich hoffe, die haben auch was und kommen auch zu denen. Aber gerade am Anfang. Es wäre halt natürlich wünschenswert, wenn wir nicht zu weit voneinander entfernt sind. Ich kann gerade nicht mit denen kommunizieren, weil ich mit euch parallel rede. oder mit mir selber. Also jetzt da runter zu springen, da wäre ich sehr auffällig, oder? Ich könnte auch Sniper spielen jetzt. Das ist irgendwie auch sehr gelassen, das Spiel. Wenn ich mir überlege, ja, es passiert gerade nicht so viel und rucki zucki trifft man dann auch zwei Gegner. Da ist einer zum Beispiel. Aber das macht jetzt keinen Sinn von hier ohne Sniper. Da vorne läuft auch einer. Aber die treffen mich doch genauso wenig, oder? Ich verrate ja parallel meine Position. Einmal habe ich eingetroffen. Uh, da ist noch einer. Immer einmal umdrehen, kurz schauen und weiter geht's. Also was machen wir? Wo ist der andere? Wo gehst du hin? Also rennen, einfach den linken Steuerkreuz gedrückt runterhalten. Okay, der will irgendwie keine Ahnung, wo er hin. Aber da haben wir das auch mal getestet. Der will da nach oben, da war ich doch schon. Seht ihr, jetzt würde ich denen auch gerne sagen, hey, du brauchst da nicht hin. Das macht gar keinen Sinn. Hey, wie kommt er nach oben? Wer hat es geschafft, nach oben zu kommen? Wir haben doch die gleiche Höhe gehabt. Okay, die Zone kommt. Wo geht die hin? Okay, ich muss da hin. Wer schießt wo? Who did that bug? I dare you. Okay, der unten ist das hier. Almost found them. Warte. Two people are green. Oh, what the fuck? One of them schneidt me. Ja, dann holl up. Da vorne ist das, oder? All right, wir werden müssen before they do. Wo hin? We got people behind us, too. Fuck it, let's just go to the balloon. Go to the left, go to the left. All the way to the left. Follow me. Und das ist es. Der hat zum grünen Punkt. Irgendwie der andere spielt für sich selber. Aber der kommandiert und gibt wenigstens so kleine Anweisungen. Ich glaube, das ist so wichtig auch in diesem Spiel. Seht ihr, wie er spielt? Er fliegt dann hoch und dann in das kleine naheliegende Bergdorf. Und das mache ich jetzt auch. Okay. Ich hätte mich nicht so stark fallen lassen. Nach oben. Oh. Shit. Warte mal, da sind ein paar Leute. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Da sind sehr viele Leute. Ich muss springen zurück und get those guys. Nee. Okay, ich gehe aus mir rum. Zu euch. Ich glaube, das ist keine gute Wahl. Das ist eine gute Wahl. Was machen die da? Die Zone kommt doch hier hin. Ah, von da oben. Okay, ich wurde umgebracht. Nein. Ja, selber schuld, wenn du an diesem freien Gelände läufst. Ich habe bloß nicht geblickt, wo der andere gerade ist, der grüne, aber der war hinter. Die ganze Zeit war er hier oben. Also die Zone wird jetzt immer kleiner, kleiner. Der hat mich gerettet jetzt, oder wie? Das raffe ich gerade nicht. Oh, tschau. Spoiler. Hat der mich jetzt gerettet? Irgendwie raffe ich das gerade nicht. Wer? Oh, Mann. Egal, zwei Kills. Der eine hat sechs Kills. Oh, nicht schlecht. Also, ich bin Level 1. Der eine ist Level 7, der andere überhaupt Level 8. Naja, gut. Nicht schlecht. Gut, ich glaube, ich habe alles erzählt. Mir gefällt das Battle Royale Spiel tatsächlich sehr gut. Natürlich ist es vorteilhafter, wenn man in einem Team oder sogar mit Freunden spielt. Da kann man miteinander einfach reden. Hey, Jungs, wo gehen wir hin? Was machen wir? Wie gehen wir strategisch vor? Wie der eine, der uns versucht hat zu führen? Dann rettet man sich gegenseitig. Also, das Spielprinzip ist ja wohl jedem bekannt. Es macht Spaß. Es ist eine Standalone Version. So, dann beende ich. Das war Constructors Showdown. Gehen wir ganz kurz die Daten durch. Entwickelt von Caveman Game Studio. Erscheinungsdatum ist der 25. April 2024. Erforderlicher Speicherplatz. 8,94 GB. Obwohl das Spiel erst vor kurzem erschienen ist. 79er Fünf-Sterne-Bewertung. Das ist sehr gut. Im Großen und Ganzen kann ich das Spiel tatsächlich empfehlen. Mir hat es Spaß gemacht. Es wird sicherlich noch mehr Spaß machen mit Freunden und mit einer deutschsprachigen Community. Somit lasst uns die Community erweitern. Das Spiel kostet aktuell 20 Euro. Und für alle, die es ansprechen, holt euch das Spiel. Ansonsten bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.